Okay. Neuer Tag. Fisch! Kann ich den mitnehmen jetzt? Ich bin tot. Der ist doch nicht tot, der schwimmt da. Okay. Wie heißt das? Uta-Brett oder so? Die ist der Rücken. Kann man das benutzen? Oh Gott. Da ist die Tür aufgegangen. Das Ding hat sich bewegt. Dreh doch um! Ich kann mich nicht nicht bewegen. Ganz stark. Wenn doch jetzt gerade irgendein Gesicht auftaucht. Ich hoffe es nicht. Ja, da steht was, aber ich kann es nicht lesen. Was ist vorhin auch schon da? Alter! Oh mein Gott! Das sind Wunderkerzen, ne? Das ist ja Baby! Geh mal ins Bad. What the fuck? What the fuck? Das Bild ist gerade umgeflogen. Äh, das Stuhl. Seht's. Was? Was? Da ist was im Spiegel, gell? Da schimmert es. Da kommt Blut raus. Da ist mein Gesicht. Alter, da kommt Blut aus dem Wasser. Und aus dem Klo. Kann ich spülen? Oh, seine Band waren auch. Das ist ein... Das ist ein... What the fuck? Der Viech soll aufhören, sich zum Bewegen. Es ist kein Panik hier drin. Warum? Warum? Hast du ein Loch in die Decke? Sag mal, sind wir jetzt eigentlich in den Bad einspult? Ich hab keine Ahnung. Ne. Warum schwimmt das so? Das macht mich wahnsinnig. Damit kann ich das ausstellen? Da. Das... Das... Das Kamera-Shake-Dingsen. Toll. Ich reich die Klafen. Ich will hier raus. Kann ich das Fetz benutzen? Kann ich eigentlich springen? Nö. Oh, Brief. Ähm... Aber 1984. Aber 1984. Okay, da weiß ich Bescheid über... Also, okay... Okay, ihr könnt ihr seid ja die Englisch-Experten selbst machen. Ich muss lauter reden. Wieso solltet ihr das Baby töten? Ich bin ja kein religiöser Mensch... Keine religiöse Frau, aber... Ich brauche... Christus grad mehr wie sonst. 23 Staukost 84. Oh, ne, das ist ja... Ich bin heute Morgen aufgewacht. Dann hat Jeremy tot. Bad gefunden. Bad gefunden. Das Wasser war rot mit Ludkid. Das haben wir ja grad gefunden. Okay, das ist auch... Was heißt Wump? Within my Wump? Keine Ahnung. The lights keep flickering. Okay. Markus, I hate you. Ja. Okay, warte einen Moment. Ich muss hier mal... Warte fack, warum stehen die da unten? Die waren da vorne gestanden. Gehen wir da unten? Sch, sch, sch. Siehst du das? Warte fack. Das sind noch ganz komische Geräusche. Was ist das? Warte fack? Ich dachte eigentlich, wer ein Kerl. Wer ist Jerry? Der Geräusche hat getötet. Das ist der Bruder von Markus. Du hast ewig gewesen. Glaub dich. Nee, wir leben. Warte fack. Das Bild war da vorher nicht da. War da vorher noch gelbes Bild. Oh, ist die Bartür offen? Ist da schon wieder im Kopf? Und hier können wir jetzt die Sachen anklicken. Und dann können wir drauf aufmachen, was wir da machen. Man kann sich das eigentlich vorstellen. Aber... Ah. 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 Ah.